Moin, Johannes hier und ich habe einen kleinen Aufruf für euch und ein relativ kurzes Video. Und zwar geht es darum, ich habe mir vor kurzem bei Steam für ungefähr 10 Euro Keep Talking and Nobody Explodes gekauft. Wenn ihr in der Videobeschreibung hier unten einmal auf den Link klickt, dann werdet ihr sehen, dass es ein Spiel ist, das eigentlich zwingend, nee, das nicht eigentlich, das wirklich zwingend zwei Spieler braucht. Es geht darum, eine Bombe zu entschärfen. Einer der Spieler ist derjenige, der tatsächlich an der Bombe arbeitet und berichten kann, was er sieht. Und der andere ist der, der die Anleitung zum Bombeenschärfen in der Hand hat, den Text, mit dem er dann aus den Informationen des Entschärfers die richtigen Schritte ableiten kann. Macht total viel Spaß und ich würde das gerne mit irgendjemandem hier auf YouTube spielen und hochladen. Wer von euch also Lust hat, das mit mir zu spielen, der möge sich melden und dann würden wir Details klären und am Ende hoffentlich zusammen viel Spaß haben, den man dann hier auf YouTube auch in diesem Kanal genießen könnte. Jo, das war's schon und ich freue mich auf euren Input. Bis später.